Ich hab den scheißesten Ja, den scheißesten Ich hab nicht den richtigen Gilly Ja, du hast den schönen Lever-Gilly Ja, der scheißenste Der scheißenste Mann ey Wir schreiben nur einen Duden Anton Deutsch Kannst du springt was? Ne Ne, das ist ja variabel Dissert er sagt selber ne also Alle Hoffnung sind verloren Du bist Tommi eigentlich jetzt home, ja? Du bist der Letzte, du meinst Bescheid Für kurze Zeit gibt es gratis dazu Anton für Dummies Anton für Anfänger Jetzt im Kino Erste Regel Fahren sie immer Auto mit Anton Anton ist der perfekte Taxifahrer Wir fahren nur einen Tower, können wir sein rechts von dir, Sascha Was ist? Also ich hab Tower am Blick bisher noch nichts gesichtet Wow! Grüße Oh, von wo? War das einer von euch? Nein Oh, von wo? Hat sich nach MK18 mit Schalldämpfer angehört? Ja, das könnte Turms sein Ich geh mal in Richtung des ersten Turms Ich seh auf dem Turm nichts Ja, der kann sich auch drinnen verstecken Ja, kann schon sein, ne Der Schuss kam von vor mir eher ausm Lager Finde ich Schülkrötenformation Jungs Gleich werdet ihr da alle weggenatzt War lustig Also ich fand das kam ausm Lager Hauptsache Tommi stirbt Meiner Meinung nach Da kam das aus ner Waffe Sascha Like a pinnacle Na komm jetzt such mir den mal Da muss ja irgendwo das sein Ich geh auf den Turm hoch Gehst du Du hast einen schönen Stein pecken Hier ist offen? Ja, finde ich auch, gell? Ja, du denkst schon mal offen Könnt ihr immer drin? Das ist sehr viel Spaß Es hat ja auch gerade einer geschossen, ne? Also könnte einer da sein Vermutlich Vermutlich, ja Der redisch praktisch Gut Gut Weil ich bekomme Tommi wie ein Hedger von der anden Seite Hedger war auch so ein bisschen das Gefühl Ja, also du bist jetzt oben auf dem Turm, ne? Ja Hier ist alles klar Sehr gut Wie sieht's mit einem anderen Turm aus? Hast du da irgendwas Sehen können Auf dem Ne Ich geh auch doch mal schnell da hin Ich guck mal ins Lager rein Kann das sein? Guck mal an die Kuppel hoch, ob er von da geschossen hat Weil man hat nur den Einschlag gehört Ne, ne, das war der Schuss Das war nicht der Einschlag Ja Was für ne Kuppel? Da oben steht Äh, ein Quad Ich markier's mal Könnte auch ein Also ein Da oben steht ein Quad Weiß ich ob das was heißt oder nicht Man weiß es nicht Also ich seh da oben bei der Kuppel sehe ich nichts Die Fenster sind scheinbar auch noch allerheiler Wie gesagt, ich hab oben ein Quad markiert Ich geh mal ins Lager rein hier Jo Jemmo muss der ja sein, wenn der auf uns schießt Weiß nicht, ob der auf uns gestorben Hör auf Patty, der hat doch geschrien wie so ein Mädchen, oder? Jemmo Ich hab's geschrien Wie so ein Mädchen, der Patty schon wie der Mann Mit harter Kehr Ah ja Harter Kehr war ich hier schon alle, weißt Bescheid Äh, ich mag nur Kitty Cat Löcher Ich weiß nicht, es könnte der andere Turm sein Ja, möglich ist es natürlich Ja, das war schon längst so, das steht ja ganz offen Gut, vielleicht weißt du ja jetzt, dass wir hier zu viert, fünf sind Weil's der kann zählen Weiß ich nicht, vielleicht hat er aber viele Leute gesehen und hat Angst gekriegt So viele Finger, das kann ich nicht mitteilen Sascha macht das schon, erklärt den anderen Turm, hab ich gehört Da oben steht halt ein Quad ziemlich verdächt Oh nein, das Quad des Todes Man sieht aber nichts auf dem Turm Äh, auf dem, nach Berg da hinten Mhm, das ist auch langsam Könnte natürlich sein, dass da hinten irgendwie Boah, das ist okay Da hast du hier grad rum, ist das schon eher, ne? Also ich bin unten Bist du gelaufen? Nein Noch mal so ein, zwei Steps halt Robert sagt nein Alles klar Hilfreich Wie immer Tür der Lagerhalle ist offen Ich führte mal durch Uta hat gefragt, ob er noch mitmachen kann Jetzt rennst du da oben, Lager Jetzt renne ich hier oben Ah, hier oben ist der Spar 17 Erstmal die Money gönnen Ey, wie ist der kleine Bub? Geh vielleicht echt mal in den anderen Turm, Klien Sascha Ja Ah, ist der Kann ja auch mit dem rennen Okay Ja, falls du sterben solltest, dann bist du halt tot, ne? Ich renne durchs Lager Ah, ist echt? Hier war Nemo Und wenn, dann erwischt es halt kein Fall schon Also ist schon alles mitberechnet Erstmal eure Position verraten an ihn dann Die ganzen Schweinchen sind geöffnet Hallo? Ja, hier hat eh schon jemand gelootet Ja Ja Wie kein Dann mach die Augen auf Ich bin jetzt hier so quer durch das Denke wirken Ah, da hinten ist so ne Base, ich hab ne Base gefunden Möcht jetzt? Jo Lass mich raten Richtung Norden Lass da doch mal hingehen Da, genau da Die Schlage steht, die Schlage steht Ich seh's Könnte daher der Schuss gekommen sein Ja, dann gehen wir mal zu der Base, oder? Oh, die ist mega gut Wartet mal kurz, ne? Sascha, stirbt erst mal schnell Einen Moment Drei Ja, warte mal, wir können aus dem Turm hier gerade durch, hier Troll willst du weiter? Ich geh weiter hoch rein Allgemeins sichern müssen wir Aber ich seh noch nicht woher Ich muss was wie weiche Eier Ich lauf jetzt einmal kurz oben drumrum Ich lauf zu der Base Ja, ich muss hier laufen Ich guck von hier Ich weiß halt auch nicht woher, die hätten von da aus schießen können Ich schon Nein Stein überall Ja, aber dann wäre er ja noch irgendwo Na gut Der Base guck ich jetzt oben rein Ich seh die Tür Da hat er gesehen, wie viele wir sind Und hat das in mir Ebay gelassen, weiß Ich könnte hier mal eine Base sind Er hat noch letztes Mal schon Er hat noch letztes Mal schon gekämpft Ich bin Ich bin Ich bin Ein Auto hier bei mir Okay Das reißt Tommi auch jedes Mal mit anderen Namen Ja auch, ne? Ja, wenn es jetzt Multi trifft hat es nicht einen falschen getroffen Wenn es Robert trifft hat es nicht einen falschen getroffen Na klar Auch hier links Ja, ich sollte den doch mal einen Besuch haben Claude die Flagge und so Wisse Bescheid Bescheid Kommst du da nicht rein noch nicht Ah, die sind ziemlich klar hier am Lagen Wenn ich dann Hörst du immer noch mit Martin, Sascha? Ja Brauchst du einen Schalldämpfer? Ne, hab ich Kriegst du auch keinen? Brauche keinen Irgendwie gehört, dass ich einen brauch Ja Ja Ne, die Base Klar, das ist Hipschips Die von letztens, der uns erschossen hat Und Patti Ja, der war nämlich dort auch Da bin ich mir auch fast sicher Ich versuche über die Steine dahin zu klettern Auch Guck noch ein bisschen die Militär Base ab Hm Also irgendjemand hat ja auf uns geschossen Also irgendjemand war hier auf jeden Fall Hm Richtig Ich hab hier Schritte gehört bei mir oben Außer wenn du mal wieder am tollen Das kann ich sagen Warte mal wo du bist Du bist 16 Meter entfernt Nein Wer hat das schon lange gesagt? Wann bin ich es wahrscheinlich nicht Ich suche hier Schritte Für uns glaub ich ganz rum drauf Ja Wenn ihr dort Schritte hört Dann Müssen wir wohl die Base mal übernehmen Ja Wenn jemand drin ist, sagt Bescheid Ich kann da durch die Holzwand versuchen irgendwas zu machen Ja, ich zieh von Kommt hier so gar nicht hoch Ja Weiß ich die Wie die das machen Die haben sich wahrscheinlich irgendeinen Weg hoch gebaut Es gibt nur einen einzigen Weg mit irgendwie mit hoch springen Das dann bestimmte Stellen gibt So hoch kommt vielleicht Ja oder sie haben halt sich langsam hoch gebaut Lag in der Luft platziert und langsam hoch gebaut Genau Hm, ja stimmt Einfach ein Treppenhaus so hoch Auf der Reine kommst du nicht hoch Warte ich sag mal die Seite die zu uns zeigt Die hat so einen kleinen Vorsprung so am Balkon Hm Was das ist das sie so hoch gekommen sind Kann gut sein Irgendwie müssen die ja selber auch wieder hoch kommen Hast du was zu essen Bratwurst Ja komm zu mir Standardfrage von Anton Hast du's trinken Hast du's trinken Hast du's essen Ja Anton Mensch Anton will was aber du musst zu ihm kommen Ja ja Wo bist denn du Vielleicht darf ich dir doch schon entgehen Ja ja Also hier ist Winde glaub ich bei uns Deswegen wär das eh nicht gegangen Roberto Wo bist du Hinter dir Vielleicht doch stehen Ach da Warte Ja ich das auch schon versuch Komm runter Weil da oben Kannst du like runter Uh Von der Fall Ja das war's und das sollte reichen Emre Super Das ist das beste Ach du was Gutes gibst du ihm Bestellen Danke Robert Da hab ich auf Tommy geklaut den einen Tag Was Das hab ich jetzt mal überhört Hätten das Lager schon ruten können Schade Hätten das Lager schon ruten können Hätten das LKW mitgenommen Und das so ein inkompetenten Fahrer wie Tommy hast Weißt du Da fährt hierher Nimmt's da aber nicht mehr auf Äh Der nicht teamfähig ist Das nächste Mal fahr ich einfach direkt rein Oh no Sack kenne ich gar nix Mit euch drinnen Mit euch drinnen fahren Mit euch drinnen fahr ich da direkt rein Ohne Spaß kein Fun Ich hab's geschafft glaub ich Robert Fast Echt? Ich bin fast da Fast? Also ich seh dich und ich seh die Bässe Und nur ein Stück weg Ja was die Höhe angeht Ich seh gleich ein sterben Ja ich auch Oh noch ne Bässe und Kopf an Ich bin mega super Pro Kletterer Ich dachte die sollen die Bässe hier auch machen Reinkommen Genau sprich mit denen Bedroh die Oh Gott ich fliege Oh Gott ich fliege Sollste es doch nicht machen fliegen Da kommst du nicht weiter Anton Lock Doch doch Steht hier Unlock Sprich mal mit denen Soll ich echt machen? Ja mach mal Halt wenn du willst Vielleicht wenn die mich erschießen Vielleicht kommt der auf dem Balkon Hallo Alle zu Hause Hast du Salz für mich? Sag wir sind freundlich und dann töten wir sie Ich bin nicht freundlich Dann sag einfach dass du Salz brauchst Dir ist es ausgegangen Es klappt immer Sag mal ob die irgendwelche wichtigen Sachen haben Wie leere Dosen Die immer gegen Tommy tauschen können Kriegt dein Kamele Ich hab mir ein paar leere Dosen Möchten die tauschen gegen Tommy Ich hab's ich hab ich bin oben Ich bin oben ganz oben Du bist ganz oben Ja guck mal Ich kann nur Ich kann nur schauen runter in die Base Da würde ich nie wieder weg gehen Das ist eine gute Position um zu kämpfen Nie wieder weg gehen Ja tschüss ne Dann bis morgen Schön mit euch Ne ja das ist echt Wie hast du das jetzt geschafft? Hallo Ich hab immer wieder bin ich ganz knapp so lang gerannt Und irgendwann ging's dann mit einmal hoch Ich ruhig Man muss da hochkacksen Ich bin auch fast gestorben Hier ich schau grad rein Da ist ein Zelt und eine Box drin Zwei Boxen drin neben der Flagge Okay Das sind noch nicht so viel Aber keine Person Nicht zu sehen ne Ich kann ja mal reingehen Mach mal Wie willst du rauskommen? Ja der Zelt und holen wir ihn mit dem Helikopter raus Irgendwann Oh doch nicht Oder er wartet zu lang bis einer einloggt Oder reinkommt Der nutzig ist Oh oh 9 Ne ich glaub nicht schade Okay da ist noch ne Bank im hinteren Teil Es geht noch weiter in den Felsen rein Okay Klau die Flagge Also da ist noch ein Teil Die Base geht dahinter noch mal weiter Und es ist natürlich abgeriegelt Ja das seh ich ja Klau die Flagge Ne lass die Flagge Ich glaub einfach dass dahinter keiner ist ne Momentan klauen wir noch keine Flaggen Doch wär ich schon für Das ist viel zu früh halt Lass die Leute erstmal hier ein bisschen entdecken Und ein bisschen ausbauen Bevor du Du Ganz kurz weg Ich brauch ein paar Sachen Sachen oder sowas Okay Flaggen klauen das scheiße jetzt schon Außerdem haben wir mit denen ja gar kein Krieg Ja aber deswegen Die Leute die den Krieg anzetteln Sind wir dann Ja indem man mal ne Base bekämpft abschießt Aber doch nicht nur hingeht wenn keiner da ist und die Flagge klaut Wenn dann will ich die mir erarbeiten Ja von wo schon auf unsere geschonne ist Auch vielleicht ein Gigant Ja ne schon So angst bekommen Oh nice ich nehm gleich mal deren Rucksack mit Siehste Hat einer ein Messer von euch mit? Ja ich kann die Kiste Ich kann da irgendwie nichts reinlegen in die Kiste Ach die ist voll okay verstehe Faszination Ja natürlich ist jetzt die Frage Wie kriegt man Anton raus? Ah das kriegt man schon Beschießen Anton springt einfach Soll ich ne Poolbox mitnehmen? Ja nimm mit Haben wir noch nicht in der Base glaube ich doch Oh ich hab Ergo Gott hast du mich erschrocken multi Splittergranaten bei denen Und ein Canopener endlich Nimm mal ne Splittergranate Achso ne du kommst dann nicht weg Wird ich dann ne Balkane Schalldämpfer nehm ich auch mal mit ne Gasmask Haben sie die nehm ich auf jeden Fall Oh ja die brauchen wir auf jeden Fall GPS klar Und Jetzt hab ich irgendwie hier Chu Chu Patty Was meint ihr wenn ich ne Patty Einfach mal so ne Granate fallen lasse Ich hab sogar ne Stadt UsbV gefunden Näm ich auch mit Huch Huch Hier sind Sachen gespawnt Ja es ist einmal despawned Und wieder neu gespawnt Alles Ja wir haben das noch nicht eingestellt Haben wir erfolgreich die Base übernommen Da sehen kann man in das Zelt auch was Oh ja Jaja da kann man auch Dafür und zwar Na so so wie Mh ne Axt Auch gut Ja 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 Ja